Willkommen zurück, bei Life ist noch viel stranger als jemals zuvor, hier wo sogar die Texte rückwärts geschrieben werden. Cool. Wir hören alles rückwärts. Wahrscheinlich alle Dialoge vom Anfang wieder umgekehrt. Wenigstens gibt es jetzt wahrscheinlich keinen Content-ID-Meldung, weil das dürfte das Ding hoffentlich nicht erkennen als die Musik. Alles geht rückwärts. Hier müsste das Skelett hängen, genau. Hier ist da, der Hirsch. Wir sollen auf die Toilette gehen. Wir können aber auch nur alle anschauen, niemandem reden. Ist das wert, ist das komisch hier. Samuel. Na gut. Drama Club ist richtig geschrieben. Da steht... Yearbook Project ist auch richtig. Also die haben nicht alles umgedreht. Stop balling now. Take a stand. Lend a hand. Es sind... Ja, Big Futs und so steht auch ganz dick und groß, richtig. Hm. Aber gut, gehen wir mal in die... In das Badezimmer. Wo uns der Hirsch hingeführt hat. Wo sind wir jetzt? Ist das die Art Gallery? Oh Gott. Mr. Jefferson jagt uns in der Art Academy. Du warst so pur und so innozentig. Jetzt musst du sterben. Oh, den gibt's mehrfach. Verdammt. Oh, hier kommen wir nicht lang. Ach, das Leithaus ist da hinten. Okay. Ich stehe hier lang. Oh, da kommt er. Der kommt da rum. Das ist ja gemein. Da ist ja noch einer. Da sind zu viele von dem. Und jetzt schnell hier rum. Da ist er. Wir können hinter ihm lang. Jetzt müssen wir warten, dass er vorbei geht. Boah. So, wir sind da rum. Jetzt müssen wir sehen, dass wir an ihm vorbeikommen. Wo geht er hin? Geht nach da. Also zack, weiter geradeaus. Max! Du warst so pur und so innozentig. Jetzt musst du sterben. Guten Morgen, Blackwell. Das ist Principal Wells. Und ich bin hier, um den Mic auf Max Caulfield zu verbrechen. Es ist eigentlich nicht gut, dass wir gegen den Unzäger sind laufen, ne? Ah, Kate. So, Strahler, geh vorbei. Was haben wir uns hier für nur für Träume ausgedacht? So, wir sind einmal rum. Und weg. Und das Spiel geht von vorne los. Wir müssen uns wieder hier verstecken. Warren sucht uns. Alle sind gegen uns in unserem Traum. Wir fürchten uns vor jedem. Geh, Abe, go, Abe, go, Abe, babe. Komm over here, young Max. You're my spirit, Adam. I wish I could press a button and blow this whole fucking school. Get in the car. Wo geht der Typ da hinten hin? Get in the car. Komm, David, geh nach links. Da ist Principal. Oh, er kommt, okay. So. Gehen wir nach hier rechts. Oh. Geh weg. Nein. Er kommt also nach unten gelaufen. Gegen ihn kommen wir nicht vorbei. Ach, ist ja praktisch. Ach, kommen wir nicht durch. Wir verkörpern unsere eigenen Schuldgefühle mit den Charakteren. Und das geht auf den Junkyard. Wo wieder Mr. Jefferson auf uns wartet. Ich muss die Bottles hier auch wieder finden. Wow. Habe ich die Bottle jetzt? Jetzt bin ich orientierungslos. Ah, ich bin hier am Anfang. Okay. Ich habe... Okay, ich habe auf jeden Fall die Bottle. Wahrscheinlich muss ich wieder fünf Stück finden. Da ist einer. Oh, Mr. Jefferson kommt. Verdammt. Und da kommt... Ja. Frank. Sir Jefferson hat wieder umgedreht. Wie können wir ja nach vorne? Oh, komm. Max, wir sind in die Bottle. Wer kommt da? Ist das... Wie ist das? Max. Ah. Ach, Nathan ist das. Da ist noch eine Bottle. Drei Stück haben wir. Wir sind hinterm Auto, bis er vorbei ist. Oh, ich dachte, er wäre schon vorbei. Puh. Wo sind wir? Orientierung. Ich verliere immer die Orientierung. Wir sind wieder ganz am Anfang. Letztes Mal sind wir hier rumgelaufen. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht, dieser Weg. Müssen wir nur gucken, dass wir... Wow. Müsste ich ja versuchen. Dass er wieder umdreht. Konzentration. Und er umgedreht. Weiter geht's. Hier kommt Nathan. Er ist gerade weggegangen. Das schaffen wir. Wir kommen hier rum. Wir müssen nur... Wir schaffen sogar bis hierhin. Sehr gut. Wir haben die nächste Bottle. Wir haben vier Stück. Max. So, und die letzte Bottle müsste eigentlich... Chair, sit, tag. Wir haben alle Bottle. Max. Sit down. You're taking your time out, no matter what. This is my nightmare. Let me have one sanctuary. Of course, this is where Chloe and Rachel used to hide from the world. But I can't hide for long. But I can't hide for long. Whatever reality I'm in, feels like a bad dream. Das ist keine Realität, das hier ist. Ich bin meine Lass. Ich bin meine Lass. Vielleicht ist deine reale Lass. Ist, zu gehen aus diesem Ort. Just don't be afraid, Max. Let's them be afraid of you. Genau. Lass die anderen Angst haben. Wir sind stark. Wir können es schaffen. Jetzt folgen wir ihm und laufen hinter ihm lang zum Lighthouse. Wir haben alle fünf Flaschen gesammelt. Und los. Und alle zerbrochen. Zerschossen von Chloe. Jetzt schief mit unlockt. Noch eine Bench. Wir können es nochmal hinsetzen. Noch einmal durchschnaufen. Und es schneit. Der erste Schneefall. Hört zu einer Glaskugel. Das ist das Haus von den Price. Oben auf dem Kamin. Wir können uns alles angucken, aber nichts kontrollieren. Wir sind dieses Mal nicht hier. Wir können nichts tun. Da sind wir. Was tun wir da? Wir wissen es. Wir wissen, was passiert. Hey Max. Would you say I hate you, Chloe and Joyce? Don't forget to remind them that you let me die. Boah, wie fies. Wie fies. Eine Nachricht. Von ihm. Wir haben ganz viele andere Nachrichten. Good evening, young Max. The squirrels talk to me, but how can you? Samuel has no phone. Rachel. Hey Max. Rachel Amber here. Just wanted to introduce myself. I will be seeing you soon. Boah, wie böse. Pompidou selber. Bitch, do not mess with Frank or me. You got a snack? Okay, Pompidou is cool. Max, I loved your photoshoot with Jefferson. He absolutely captured you. If you want me, we can hang out and get high. Mit dir hängt niemand mehr out. Max, this is your old pal Chloe. You left in wheelchair and another reality. Did I thank you before you bailed to a new life? Not only did you blow off my request, you already jumped into another photo. How many fucking times can you abandon me, hippie? Ah, ja. And there are their sins of the sins of you again. The whole yearbook here? No, the rest is normal, okay. And it goes back. Nein, wir sind... Wir sind wieder eingesperrt. Haben unsere Nachtklamotten an. Oh, Christ, I know. And she never shuts up. Does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. I guess she's not as innocent as she acts. Not when she's trying to hook up with both of us. I only want to go ape with you, Chloe. Come here. Als ihre Ängste jetzt auch noch hinzukommen. Sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want to party? I got a drugstore in my room. Oh, shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shocker bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your Tots, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to go. Es wird immer abgedreht, hör. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive? Life is so unfair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You are the real storm. Und jetzt sind wir wieder im Badezimmer. Im Girls' Dorm anscheinend. Oder? Ne, das ist ein anderes Badezimmer. Wir haben alle unsere Ängste gerade wieder erlebt. Oder zumindest das, was sie befürchtet, was andere von ihr denken könnten. Und auch das ist nicht schön. Max macht sich zu viel Sorgen. Äh, wir haben keinen Code. Äh, ja, habe ich gerade gesagt, wir haben keinen Code? Wie will ich den richtigen Code finden? Hm. Da ist zumindest einer unterstrichen. 8, 3, 9, 1. Das war viel zu wenig, aber noch vier Nummern. Noch eine 8, 3, 9, 1 sind ja vier Nummern. 8, 3, 9, 1. 9, 1, 2, 3, 1. Nein, nicht richtig. Ähm. Hm. Hier muss doch irgendwo. Haben wir eine Nummer auf dem T-Shirt? Nee. Bleibt im Fußboden einer. Puh, puh, puh. Puh, puh. Puh, puh. Puh, puh. Puh, puh. Im Spiegel sind die... Fällt mir jetzt erst auf, dass die im Spiegel alle gar nicht zu sehen sind. Nur die eine. Die dort. 0, 3, 1, 1. 0, 3, 1, 1. Open. 1, 2, 1, 2, 1. Und rausstehen alle anderen. Please save us. I guess my husband and new baby will have to go without me. Max, I hope you can live with yourself after this. You've always had my back and now you're going to let me die? Thanks, Max. Oh, Max. Es sind ein paar positive Stimmen, aber nicht viele. Okay, die wiederholen sich. Und da sitzen wir selbst. Aber mit uns sprechen wir beim nächsten Mal in einer weiteren Folge von Life is Strange. Das Spiel ist aktuell ganz schön, na, psychedelisch. Es ist sehr bedrückend auf jeden Fall und sehr, sehr surreal. Eigentlich ein bisschen zu viel, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen, was das alles zu bedeuten hat. Es dauert auf jeden Fall sehr lange, was hier gerade passiert. Wir werden mit sehr vielen Schuldgefühlen und Ängsten konfrontiert. Aber ob wir danach wieder rauskommen, wie wir da wieder rauskommen, was Max, der guten Max, zu erzählen hat. Alles das und mehr beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.